Was ist chronischer trockener Mund? Trockener Mund, auch Xerostomie genannt, ist ein Zustand, bei dem der Mund ungewöhnlich trocken ist und kein Speichel mehr vorhanden ist. Bei den meisten Menschen tritt Mundtrockenheit nur gelegentlich auf, aber bei manchen Menschen halten die Symptome an. Wenn eine Person anhaltende Symptome von Mundtrockenheit hat, spricht man von chronisch trockenem Mund. Dieser Zustand ist gekennzeichnet durch Symptome wie rissige Lippen, dicker Speichel, Mundgeruch, Geschmacksveränderungen und Halsschmerzen. Typischerweise wird dieser Zustand behandelt, indem die Dosierung des Medikaments, das ihn verursacht hat, geändert wird oder der Grundzustand, der für das Problem verantwortlich ist, behandelt wird. Manchmal verschreiben Ärzte auch Medikamente, die den Körper dazu anregen, mehr Speichel zu produzieren. Speichel scheint nicht sehr wichtig zu sein, aber sein Nutzen kann offensichtlich werden, wenn eine Person mit chronischem Mundtrockenheit zu tun hat. Für den Anfang kann eine Person, die einen anhaltenden trockenen Mund hat, anfälliger für Hohlräume sein. Dies ist darauf zurückzuführen, dass Speichel das Wachstum und die Vermehrung von Bakterien im Mund einer Person verlangsamt. Wenn eine Person zu wenig Speichel hat, kann Carries eine der unangenehmen Folgen sein. Speichel beeinflusst auch den Geschmack von Lebensmitteln und hilft beim Schlucken und bei der Verdauung von Lebensmitteln. Es gibt viele Symptome, die eine Person haben kann, wenn sie mit chronisch trockenem Mund zu tun hat. Abgesehen von einer merklichen Abnahme der Speichelmenge im Mund kann eine Person mit chronisch trockenem Mund feststellen, dass der Speichel, den sie hat, dicker als normal ist und sogar eine fadenförmige Konsistenz hat. Eine Person mit dieser Erkrankung kann auch rissige Lippen- und Mundgeruch haben. In vielen Fällen leidet eine Person mit dieser Erkrankung unter häufigen Halsschmerzen und Schwierigkeiten beim Schlucken oder sogar beim Sprechen. Pilzinfektionen in Mund und Carries können auch häufiger auftreten, wenn eine Person einen chronisch trockenen Mund hat. Chronischer trockener Mund kann sich aus einer Vielzahl von Gründen entwickeln. Manchmal entwickelt es sich als Nebeneffekt von Medikamenten, zb zur Behandlung von Depressionen, Allergien und Bluthochdruck. Chemotherapeutika können dies ebenfalls verursachen. Menschen, die Zigarette rauchen oder die Nerven im Kopf oder Nacken beschädigt haben, können manchmal an der Erkrankung leiden. In einigen Fällen kann ein zugrunde liegender Gesundheitszustand, wie Diabetes, ein Fehler sein. Ältere Menschen leiden möglicherweise häufiger unter trockenem Mund, dies kann jedoch auf Medikamente zurückzuführen sein, die sie zur Behandlung altersbedingter Gesundheitsstörungen einnehmen. Die Behandlung von chronischem trockenen Mund kann von den Ursachen abhängen. In einigen Fällen kann es hilfreich sein, die Medikamentendosis zu ändern oder die Medikamente insgesamt zu wechseln. Manchmal kann die Behandlung der zugrunde liegenden Gesundheitszustände Abhilfe schaffen. Ärzte können in einigen Fällen auch speichererzeugende Medikamente verschreiben. Wir rufen das nicht drehen.